Wenn ich dieses Schiff hereinlasse, was ist dann mit dem nächsten Schiff? Welches ist das Schiff, bei dem ich sagen muss, es ist das letzte? Da ich früher oder später und wahrscheinlich eher früher zu irgendeinem Schiff Nein sagen muss, warum nicht gleich zu diesem? Ein Zimmer in der Wohnung. Das hintere Kabinett muss für immer frei bleiben. So eine Art fremden Zimmer, da darf nichts herumliegen. Kein Lurch, kein kaputter Staubsauger, keine ausgeratschten Schuhe. Es muss jederzeit beziehbar sein, wie ein fremden Zimmer in einer Pension. Für den Fall, dass mein Kind wieder auftaucht.